So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Raccoon Whitelands. Wir sind so 100 Meter in diese Richtung gerespawned und jetzt können wir ja alles nochmal versuchen. So, da nochmal, da. Hey, komm. Da ist noch einer, so. Da ist er, ja. Ja, wahrscheinlich im Haus. Ja. So, wahrscheinlich hier hinter der Mauer. Ja. Ab nach 1, macht 5. Äh. So. Ja, ist hier gut. Dann hier noch. Hier noch. Hier noch. Hier noch. Okay. Okay, bin unterwegs. Suche eine gute Position. Verstanden. Unterwegs. 400 Meter. Ich sehe das Ziel. Ich bereit für den Angriff. Tango getötet. Habe ich den getroffen? Warte mal. Ich, ich versuche mal. Ähm. Ne, nicht das fast. Das wäre zu, zu offensichtlich. Ich, äh, ich versuche nochmal den zu treffen. Ja, dann habe ich ihn wahrscheinlich doch erwischt. Gut. Äh, dann geht's mal weiter. Sneaky, peaky. Peaky, sneaky. Ähm, der da, den kann, kann man gut töten. Den, den kann man gut töten. Und den kann man gut töten. Ich will mal schauen, ob ich jetzt, äh, die da, äh, oder die da schnappe. Ach, da. Da ist irgendwo noch einer. Oh, oh. Oh, oh. Uh, uh. Geh in Position. Ablass Ziel. Ehe auf neue Position. Roger, Ziel markiert. Kann loslegen. Verstanden, unterwegs. Ziel verloren, Ziel erfasst. Ja. Wie weit ist der entfernt? Das glaube ich... Ne, den sehe ich nicht. Ja, verdammt. Dann hole ich mir halt den da drin, oder? Wie kann... Wie kann der den eigentlich erwischen? Okay, warte. Das Ziel ist weg. Shit, die haben wohl eine Leiche gefunden. Hm, gerade als, äh, ja, egal, ich verdirbten. Blöd. Okay, da sind vier. Vier Leute. Ja, sicher muss ich dann, äh, wirklich, äh, treffsicher das Ganze starten, aber das ist halt... Oder ich, ich lass die erstmal da stehen und geh halt näher dran. Das könnte ich auch machen. Wär halt sicherer, aber sicherer ist auch nicht immer cooler. So. Ja. Genau. Und dann starten wir wieder hier. Und... So. Ja, los. Hoch da. Ui. Entschuldigung. Ja, gut. Alles von vorne. Ja, also, da ist nur eins. Ja, was denn's hier? Hm, 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 ja, kommt raus. Noch ein dritter. Ähm. Ja, dann schau ich später nochmal vorbei. unter mir ist noch einmal an und das war der hinter der Mauer und dann morgen ist gut wie da brauche ich noch einen wo ist der hin? der geht doch immer hier hoch so sollen wir das noch mal probieren jetzt stehen die ja beisammen so eins zwei drei oh come on danke okay alles ist gut aber ich habe ihn erwischt beim ersten Versuch oh Gott okay dann war der wirklich beim ersten ja beim ersten Ding beim ersten Strich oh oh echt jetzt runter runter alle runter heli das das war knapp das war wegen wegen dem heli oder hier jetzt jetzt muss ich mal schauen weil hier ist noch irgendwo irgendwo ist hier noch einer sogar zwei wahrscheinlich da okay okay wie habe ich den denn jetzt gesehen also hier ja gut dann da drüben ist noch einer aber das ist ja easy so da machen wir die platt dann die vier dann 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 ja da ist das kleine kleine maus und die 200 Meter 200 Meter ist ein bisschen so würde ich sagen aber ich will alle erwischen kann ich aber wahrscheinlich nicht die machen immer ihre runde oder und bleiben nicht stehen da stehen bleiben ist natürlich für mich kontraproduktiv nübsi okay dann würde ich sagen scharfschützen äh dinger werden abgebaut und jetzt kommt der nahkampf oder also nahkampf also ihr wisst schon dieser nahkampf wir haben ja alles aufgedeckt bis auf äh eine sehr so 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 Warte, warte. Ups. Entschuldigung. Der ist jetzt genau über mir. Das blöde ist halt, wenn ich jetzt hier schieße, dann hören die das. Ein bisschen nervig. Die sind jetzt zu zweit drinnen. Jetzt kommt er wieder raus. Oder? Doch nicht. Das ist der gelbe Punkt hier auf der Karte. Weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich der Mittelpunkt von der. Okay, es ist alles gut. Scheiße, ich wollte hier den einen. Okay, es ist alles gut. Von hinten. Silence kill. Halt, die werden dich sehen. Wer wird mich sehen? Ah, der ist jetzt alarmiert. Das ist ein schönes Souvenir. Wo? Wo? Da. Wir können weiter. So, Explosionswiderstand. Gut. Dann packen wir uns mal die anderen. Es gibt Feindaktivität. Ja, ja, ich weiß. Ja, jetzt haben wir alle vier. Verstanden. Unterwegs. Brauche eine neue Position. Alles klar. Gehe in Position. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Ja, dann mach mal den Cheat-Mode an. Davon habt ihr ja genug. Ich sehe das Ziel. Ja, von wegen. Mein Ziel ist weg. Roger, ich gehe in Position. Suche bessere Schusslinie. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel verloren. Ziel markiert. Hab kein Ziel mehr. Wiederhole. Kein Ziel erfasst. Gibt Zeichen. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Bereit für den Angriff. Greife Tangos an. Erledigt. Alles klar bei mir. Setze Drohne ein. So. Festhalten, Leute. Vorwärts. Ich bin hinter dir. Ja, egal. Du fährst das Ding besser nicht. Ich hab ein Zeit-Ding. Wir haben noch, äh, anderthalb Minuten. Cool, dass ich's erst jetzt merke, ne? So. Cool. Alle tot? Gut. Und viel Leben. Passt. Ey. Offen Weg. So muss ich das eigentlich innerhalb der Zeit liefern. Nein. Das. Schau mal vorne, bitte. Oder? Wo muss ich hin? Hey. Hey. Bleib stehen. Hä? Wieso ist es jetzt also, äh, auf Zeitdruck? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der ist mord. Oh, der will mich doch verarschen. Mhm. Ich versuch... Oh man. Ja okay, aber ich hab das voll übersehen, dass wir da hoch müssen. Äh, schmarrn. Dass das auf Zeit geht. Oh. Shoot. 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 Vor allen Dingen, was lustig ist, es ist ja ultra auffällig. es ist ja ultra 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 auffällig wenn da alle tot sind und die einfach nachdem Prozent schocken der BN ja nicht in nicht dass er wieder mit schocken sondern darf um dass da alle tot sind und Prozent die dann einfach um ja und in den Tag nehmen der da einfach steht ohne sich zu fragen wo die ganzen Leute sind achso ja stimmt die die schlafen jetzt alle dann werden wir jetzt mal an sich an sich hey an sich könnten wir ja wirklich einfach jetzt den Truck nehmen weil es ist ja Nacht ich glaube die die merken das dann gar nicht probieren wir einfach mal aus Achtung Feindpräsenz ja noch habe ich hier noch geht ja die Zeit nicht ich glaube die schlafen jetzt hier alle ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen ne der schläft nicht hab noch ein Tango verdammt die schlafen nicht die schlafen nicht wieso schlafen die nicht geht es ist das ist das ist ich sehe ich doch da ist da ist die sind die Pfade hier drin Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Ziel markiert. Behaltet sein Umfeld im Auge. Okay. Wieso schlafen die nicht? Es ist Nacht. Ah, ist das ängerlich. Gut. Dann schleichen wir uns mal hier hoch. Oder ich versuche wirklich mal einfach in den Laster zu gehen. Und den zu stillen. Ich fahre. Geh schon, ich komm nach. Verdammt. Ähm. Ich bin falsch gefahren. Okay, das ist seltenlämlich. Wow. Okay, nach zwei Minuten alles gut. Hey, da fährt unser Laster weg. Oh, egal. Wird schon spielen. Verdammt. Ah. Ja, wer haut hier auch immer so Betonklötze in den Weg hin? So, 1,50 haben wir noch. Aber das sollte ausreichen. Ah, ne Stelle hier. So, raus schnell. Raus. So. Wo ist der? Hä? Oh, jetzt echt? Ich komm nach. Ja, also jetzt. Ah. Fahrfutisch. Das ist doch ne Verarsche. Oh Mann. Das ist doch voll der Scheiß. So, jetzt. Ich bin hinter dir. So, jetzt aber. Komm, jetzt quatschen wir. Fertig? Ja, fertig. Schrei nicht so, ich muss hier los. Ah, noch 40 Sekunden. Schneller, schneller. Schneller. Gibt's hier irgendeinen Boost? Scheiße. 30 Sekunden. Oh Mann, das ist halt gerade so unnötig. Ähm, 22. Ja, jetzt. Geradeaus. Los. 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 Fahr schneller. Ja. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 4. Ich wollte mich doch verarschen. Na. Und alles, weil der scheiß LKW einfach... gut. Na, Mann. Wie dumm. Gut, es ist immer noch nach. Gut, ich mach das ja hier schnell weiter. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal schaffen wir's wirklich. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.